Dankeschön, ist mir letztens auch schon beim Halbfinale aufgefallen, richtig schöne Menschen hier, hier vorne, wow, schöne Menschen, ein Asiate hinten, so, ja, ich will mich auch mal ganz kurz vorstellen, ich bin Tutti, aber mein richtiger Name ist Thomas, ja, drei Leute sind geschockt, alle anderen denken sich, Wiener Mesen, Thomas, hä, normal, ich hab meine Mutter mal natürlich gefragt, so, Mama, warum Thomas, warum nicht Jens, Sie guckte mich an und sagte, weißt du was, sei froh, dein Vater wollte Hohansson, wo ich mir aber denke, so Hohansson könnte mein Vater wenigstens aussprechen, ja, zu mir sagt er immer so, Tomat, ich sag, Vater, Thomas, ja, ich sag doch, Tomat, Oh, guck mal, selbst meine Eltern haben jeweils zwei deutsche Namen, meine Eltern sind damals, Anfang, Mitte, Ende der 70er, ja, als sogenannte Boat People von Vietnam nach Deutschland geflüchtet, also wie der Name schon sagte, die sind mit dem Flugzeug angereist Und dann waren wir hier gewesen und richtig stolz drauf, ich kann mich richtig krass vorstellen, wie mein Vater mit so einer deutschen Flagge dann so aus dem Flugzeug steigt, so, Das nix leck hier, ein Nicker und Reck und Freiheit für das neue Vateland Und haben irgendwann ihre deutschen Pässe bekommen, haben sich einbürgern lassen, Philipp und Bettina Philipp, Bettina, Thomas. Man nimmt uns als Vietnamesen nicht mehr ernst. Mein Vater schreibt seinen Namen heute immer noch falsch. Letztens so schrieb er mit Philips. Wir waren mal bei Saturn gewesen und er meinte, ah, da, 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 mein Fernseher, Philips. Ich sag, Vater, nein. Mein Vater ist der wahre Grund, warum ich hier auf der Bühne stehe. Er gibt jeden Tag so viel Scheiße von sich. Ich muss das irgendwie kompensieren. Ich meine, mein Vater bemüht sich wirklich, seitdem er hier ist, mit der deutschen Sprache, aber er kriegt es einfach nicht geschissen. Habt ihr schon mal beim Vietnamesen bestellt? Ja, das ist mein Vater. Also egal, wo ihr anruft, ist mein Vater. Und da gibt es im Alltag immer wieder Missverständnisse. Wir waren mal auf dem Markt einkaufen, er steht am Ende vom Markt und ruft zu mir rüber. Äh, Junge, nimm Fick. Was? Du soll Fick nehmen. Ich weiß nicht, was er meint, aber die Leute drumherum wussten nicht, was er meint. Welchen Fisch denn, Papa? Nimm fünf Kilo Tittenfick. Ja, den Tittenfisch hab ich dann noch bekommen. Meine Alibi-Frage, findet ihr, dass wir Asiaten alle gleich aussehen? Ach, seid doch leise. Ich bin übrigens vor kurzem Vater geworden. Hört auch zu klatschen, siehst nicht hier. Ich war mal mit meinem Vater auch nach dem Markt, ja, wir waren bei Aldi einkaufen gewesen, okay? Und da waren so drei Jugendliche gewesen, so richtig laut am Randalieren, so Kanackenkinder, so richtige Abschauung, so, weißt du so? Ja, ich weiß, sorry. Das ist für viele ein bisschen zu hart und das war jetzt von mir auch nicht politisch korrekt. Das war ein Türken. Die haben am Randalieren, haben rumgeschrien, haben sich gegenseitig in die Regale geschubst und waren dann irgendwann bei uns im Gang. Der eine schubst den anderen gegen die Schulter von meinem Vater. Mein Vater nur, ey, du! Mach deine Augen auch, ja? Der Junge hat sich entschuldigt, aber man weiß bis heute nicht, ob er es ernst gemeint hat. Er meinte sowas wie, ja, war doch nur Spaß, Herr Checky-Chan. Wir sind ja weggelaufen, mein Vater haut eiskalt raus. Die Juden von heute. Was? Guck, die Juden von heute. Ich sag, Papa, das heißt die Jugend von heute. Ja, ich sag doch, die Juden von heute. Ich sag, Papa, wir sind hier in Deutschland wegen dem Zweiten Weltkrieg. Halt deine Snausse. Wenn ich sag, das Juden, dann das Juden. Du war auch klein, dann auch Jude. Ich auch, Baby, dann Jude. Deine Mutter auch Jude. Deine Sweat ist zu Hause immer noch Jude. Aber ich war nicht so wie die, ja? Ah, es ist auch Jude. Ich war letzte Woche mit meiner Tochter beim Kinderarzt gewesen. Und beim Kinderarzt ist es immer so, auf dem Boden sind immer so Spielzeuge. Das heißt, sie hat gespielt, ja? Irgendwann kam eine chinesische Mutter mit ihren beiden Töchtern, haben dann zu dritt gespielt. Und Herr Doktor kam rein und meinte so, Herr Tran, Sie sind als nächstes dran. Ich sag, okay, alles klar. So, ne? Ich geh zu den drei Kindern und wollte mein Kind hoch... Also ich wollte sie hochheben. Ich war ein bisschen verzweifelt, hab die chinesische Mutter angeguckt. Was macht sie? Leute, das war's von mir. Vielen Dank, Night Wars. Vielen Dank. Dankeschön. Tut sie dran! Dankeschön. 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 Dankeschön.